Wir haben etwas Neues geschaffen. Das iPhone 12 Plus 1 geteilt durch 3. XS Max. EA Sports. Es hat null Unterschied zum Vorgänger, aber es ist teurer. Warum? Junge, das kauft doch eh jeder. Ich frag mich, wie doof die Leute eigentlich noch sein können. Und diesmal haben wir nicht eine, nicht zwei und auch nicht drei Kameras, sondern genau zehn Kameras. Sieht zwar scheiße aus, aber Geld machen wir trotzdem. Unsere Geräte halten unendlich lang. Ne, Spaß, nach drei Monaten ist das Ding schon kaputt. Und das Ladekabel müsst ihr extra dazu kaufen. Kostet mehr als das Handy, aber es juckt uns nicht. Kauft weiterhin unsere Produkte. Wir verarschen euch, aber es juckt uns nicht. Und jetzt verpisst euch.